Hallo meine Lieben, ja ich geniesse jetzt mit diesem Buch. Ich weiss nicht auf welcher Seite ich bin, auf jeden Fall ist doch schön sonnig hier. Ja und ich sitze wirklich hier sehr schön und geniesse es. Ah, vielleicht lest ihr auch noch ein bisschen und erzählt mir, was ihr im Moment gerade liest, ok. Habt doch einen schönen Sonnenday, bye bye.